Was ist der Nummer 1 Tipp bei Pitch-Präsentationen? In der Verkaufsstrategie ist es ganz entscheidend, den richtigen Inhalt für die Verkaufspräsentation aufzubereiten. Oftmals setzen wir sich intern zusammen, kreiert Content, viele Slides, macht es noch schön und präsentiert es dann. Meiner Ansicht nach genau der falsche Weg. Denn was fehlt, ist die Meinung des Kunden. Also setzt man sich mit dem Kunden erstmal hin, stellt die richtigen Fragen, dazu ein späteres Video, und hört erstmal zu. Man hört, was seine Pain-Points sind, was seine Bedürfnisse sind, wo man ihn unterstützen kann. Und aufgrund dessen baut man dann die Präsentation auf und kriegt so eine erfolgsversprechende Pitch-Präsentation. Also erst mit dem Kunden sprechen, Bedürfnisse und Pain-Points abholen und dann an die Präsentation und nicht umgekehrt. Das ist mein Nummer 1 Tipp, was euer ist. Das würde mich natürlich brennend in den Kommentaren interessieren.